Musik Hey Leute, in zwei Wochen bekommen wir unsere Zeugnisse. Und wir haben noch keinen Plan, wie wir unseren Lehrer am letzten Tag reinlegen wollen. Stimmt, schließlich ist das Tradition in dieser Schule. Wir müssen uns was einfallen lassen. Und was? Ich habe neulich was Cooles bei TikTok gesehen. Was denn? Da haben sich welche so LED-Kabel umgemacht und dann das Licht ausgemacht und getanzt. Das sah richtig cool aus. Ja, das kenne ich. Und ich könnte solche LED-Kabel besorgen. Cool, dann machen wir das. Das wird mega. Die Idee ist nicht schlecht, aber so richtig reinlegen ist das ja nicht. Ja, aber mit sowas rechnet er halt gar nicht. Oder hast du noch eine andere Idee? Nee, gerade nicht. Wenn uns noch was einfällt, können wir das ja noch zusätzlich machen. Lass uns das machen. Na, seid ihr nervös wegen eurer Zeugnisse? Nö, eigentlich nicht. Ich auch nicht. Mensch, was habe ich nur für Vorzeigetöchter. Ich hatte immer Angst vor dem Zeugnis. Wieso, Papa? Naja, ich habe halt nicht immer so gut aufgepasst und viel Quatsch gemacht. Und dann gab es halt immer Ärger von meinem Papa. Also deinem Opa. Mein Opa hat mit dir geschimpft? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Tja, so war das aber. In Annas Schule. Wir machen alles ganz dunkel und machen das Licht aus. Irgendeiner muss Herrn Kuhfuß aufhalten, damit wir hier alles fertig machen können. Das kann ich machen. Ich habe schon eine Idee, was ich mache. Super. Ich bin gespannt, was sich meine Schüler diesmal einfallen lassen haben. Letztes Jahr war ja ganz schön lustig. Mal gucken, wie dieses Jahr wird. Also von mir aus könnte man diese Tradition wieder abschaffen. Ach, wieso? Das ist doch ganz witzig. Die Kinder sind so kreativ. Ich finde, am letzten Schultag kann man sowas ruhig mal machen. Los, wir müssen uns beeilen. Noch ein Stück nach links. Oh, hallo Mila. Herr Kuhfuß? Ja? Mir ist gerade ganz schwindelig geworden. Können Sie mir bitte helfen? Ja klar, komm. Ich bringe dich ins Krankenzimmer. Und es fängt schon an mit dem Reinlegen. Und er merkt es noch nicht mal. Wir müssen sofort deine Eltern informieren. Nein, bitte gehen Sie nicht weg. Ich habe Angst, dass ich umkippe. Es geht bestimmt gleich wieder. So, alles fertig. Wir müssen Mila ein Zeichen geben. Das mache ich. Hey, Mila, alles klar bei dir? Ja, mir geht es schon viel besser. Was? Wirklich? Ja, wir können wieder ins Klassenzimmer. Na gut. Ach, Herr Kuhfuß? Ja? Sie wurden eben ins Sekretariat gerufen. Wirklich? Ich habe gar nichts gehört. Doch, eben kam meine Durchsage. Okay, danke, Anna. Nimmst du Mila mit? Ich bin dann gleich bei euch. Alles gut. Hallo, Silvia. Hast du nach mir gerufen? Nein, habe ich nicht. Ach, Mensch, haben sie mich doch reingelegt. Ich wusste es. Okay, dann gehe ich mal wieder. Aber vorher hole ich mir einen Schutzanzug. Wer weiß, was auf mich wartet. Hey, Leute, ich habe noch eine andere Idee. Wenn der Kuhfuß im Klassenraum ist und das Licht aus, müssen wir ihm heimlich dieses niedliche Krabbeltierchen in die Tasche stecken. Wenn unsere Show fertig ist und er seinen Koffer aufmacht, wird er sich mächtig erschrecken. Die sieht ganz schön echt aus. So kann mir hoffentlich nichts passieren. Psst, er kommt. Auf Position und macht das Licht aus. Das ist aber leise. Ich muss mich auf alles gefasst machen. Ganz langsam. Es fällt nichts runter. Puh, Glück gehabt. Aber wieso ist es hier dunkel? Wo sind sie denn hin? Habe ich irgendetwas verpasst? Wahnsinn, das ist ja mega cool. Das war mega. Ja, das war ober-mega-Spitzenklasse. Mensch, Kinder, da habt ihr euch ja echt was einfallen lassen. Das war mega gut. Muss ich schon sagen. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit so einer tollen Show. Da hätte ich mir meine Schutzausrüstung sparen können. Das Ding brauche ich wohl nicht mehr. Dann wollen wir doch jetzt mal zum richtig spannenden Teil des Tages kommen. Zu den Zeugnissen. Na, hoffentlich habe ich keine fünf. Meine Mutter bringt mich sonst um. Würdest du im Unterricht mitmachen, statt rumzualbern, müsstest du dir jetzt keine Sorgen machen. Ja, ja, ich weiß. Entschuldigung. Ich werde mich nächstes Jahr bessern. Versprochen. Robert, versprich nichts, was du nicht halten kannst. Hihi, na gut. Ich werde mich anstrengen. Oh, oh. Der Scherz ist aber alt. Naja, aber er funktioniert immer noch. 1A. Ah, eine Spinne. Eine riesige Spinne. Ich hasse Spinnen. Hilfe. Die ist nicht echt. Habe ich sofort erkannt. Ich habe doch nur so getan, als ob ich mich erschreckt habe. Was denkt ihr denn? Wenn die wüssten, ich hasse diese Viecher. So, dann wollen wir mal. Bitte, Hanna. Ausgezeichnet. Anna, du warst sehr fleißig. Sehr gut. Danke, Herr Kufus. Gregor, auch dein Zeugnis kann sich sehen lassen. Robert, da ist noch Potenzial nach oben. So, meine Schüler, dann wünsche ich euch schöne und erholsame Ferien. Wir sehen uns im nächsten Schuljahr wieder. Danke, Herr Kufus. Tschüss. Endlich Ferien. Wir müssen in den Ferien unbedingt was zusammen machen. Ja, lass uns auf jeden Fall was unternehmen. Das machen wir. Wir schreiben uns. Jetzt muss ich erstmal schnell nach Hause. Bis dann. Bis dann. Ja, okay. Ich auch. Bis dann. Ach, die haben ihre Gummispinne vergessen. Na, sowas. Die packe ich mal in meinen Schrank. Ah, die ist echt. Um Gottes Willen. Wo kommt die denn her? Hilfe, zur Hilfe. So helft mir doch. Oh, Entschuldigung. Komm her, du frechte Hacks. Äh, ist, 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 Silvia, ist das deine Spinne? Ja. Es tut mir leid, dass sie dich erschreckt hat. Das wollte ich nicht. Die ist mir ausgebüxt. Ach du, das war halb so schlimm. Alles gut. Und du kommst jetzt wieder in deine Box. Was für ein Tag. Bin ich froh, dass jetzt erstmal Ferien sind. Von dem Schock muss ich mich erstmal erholen. Die Kinder waren ja ein Klacks dagegen. Hallo, liebe Playmobil-Fans. Das war's leider schon wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben und vergesst uns, den Kostlos zu abonnieren. Tschüss.